Seelenkompass Willkommen, Wahrheitssuchende, beim Seelenkompass, wo sich der Weg zu höherem Bewusstsein mit jeder Offenbarung entfaltet. Heute tauchen wir tief in die Geheimnisse der arkturianischen Botschaft ein, ein Weckruf für diejenigen, die noch immer in der Illusion dieser materiellen Welt gefangen sind. Viele bleiben von der Dualität und Trennung hypnotisiert und sind sich der mächtigen Kräfte, die ihre Realität formen, nicht bewusst. Doch unter der Oberfläche ist eine große Transformation im Gange, und du, liebe Seele, bist ein wichtiger Teil dieses kosmischen Aufstiegs. Löse mit mir die Schleier, erforsche die verborgenen Kräfte des Bewusstseins und verbinde dich wieder mit der göttlichen Wahrheit, die die Illusion transzendiert. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Bist du bereit, deine wahre Macht zurückzugewinnen? Sie haben sich bewusst dafür entschieden, in dieser entscheidenden Zeit auf der Erde zu inkarnieren, um Teil des großen Aufstiegsprozesses zu sein. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Sie wussten, dass sie bei ihrer Ankunft die Weite ihres wahren Selbst vergessen würden und dass sie nicht nur persönlichen Prüfungen, sondern auch dem Umbruch der globalen Transformation gegenüberstehen würden. Doch trotz dieses Schleiers des Vergessens bleibt ein tieferes Wissen in ihnen, das sie auf den Weg des Erwachens zurückführt. Die Erde, die von vielen als rein physischer Bereich wahrgenommen wird, ist in Wahrheit ein spirituelles Universum. Ihre Essenz ist aus derselben göttlichen Energie gewebt, die allem Leben Leben einhaucht. Die Mehrheit der Seelen auf diesem Planeten lebt jedoch immer noch innerhalb der Grenzen der Dualität, sie sehen sich als getrennt voneinander, von der Natur und vom Göttlichen. Dieser Glaube an die Trennung, diese Illusion der Dualität, wirkt wie eine hypnotische Trance, die die meisten davon abhält, ihre eigene Macht als Mitschöpfer der Realität zu erkennen. Aber sie, ihr Bewusstsein, ihre Wahrnehmung ist der Schlüssel, um diese Trance zu durchbrechen. Die Realität, die sie erleben, ist nicht etwas, das ihnen widerfährt, vielmehr wird sie durch die Energie geformt, die sie von innen heraus projizieren. Jeder Gedanke, jede Emotion, jede Absicht trägt ihre eigene Schwingung in sich, die sich in die Welt ausbreitet und nicht nur ihre persönliche Realität, sondern auch die kollektive Erfahrung aller Wesen beeinflusst. Indem sie aus ihrem höchsten Bewusstseinszustand herausleben, stimmen sie sich auf den Aufstiegsprozess ein. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen oder zu tun, es geht ums Sein. Die Energie, die sie in sich tragen, die Frequenz, die sie aussenden, wird zu einem Leuchtfeuer, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Allein ihre Anwesenheit beginnt, das Gefüge der Realität um sie herum zu verändern, indem sie dazu beiträgt, die Illusionen von Dualität und Trennung aufzulösen und die tiefere Wahrheit von Einheit und Einssein zum Vorschein zu bringen. In diesem Bereich der materiellen Existenz ist das, was wir als gut oder schlecht, hell oder dunkel wahrnehmen, letztlich ein Spiel der Illusionen. Beides sind bloße Reflexionen der Dualität, der gegensätzlichen Kräfte, die unsere Erfahrungen zu definieren scheinen. Doch diese Gegensätze sind Teil desselben illusionären Tanzes, der vom kollektiven Bewusstsein geprägt ist, das immer noch in der Trennung verweilt. Alle materiellen Erscheinungen, ob sie nun Freude oder Leid bringen, sind Produkte dieser gespaltenen Sichtweise. Es sind vergängliche, flüchtige Formen, die keine wahre Essenz jenseits der Wahrnehmung des Betrachters besitzen. Aber die Energie, die sie in sich tragen, die Schwingung, die sie ausstrahlen, geht weit über diese Erscheinungen hinaus. Sie pulsiert durch die unsichtbaren Bereiche und berührt die Menschen in ihrer Umgebung auf eine Weise, die weitaus tiefer geht als Worte oder Taten. Ob sie physisch anwesend sind oder einfach nur an jemanden denken, ihr Energiefeld ist spürbar. Dies ist die stille Kommunikation zwischen Seelen, bei der Absichten und Emotionen nach außen dringen und alles auf ihrem Weg beeinflussen. Für Empathen, also Menschen, die sehr sensibel auf diese Ströme reagieren, kann diese Energie überwältigend sein. Sie absorbieren die Frequenzen anderer, manchmal ohne es überhaupt zu merken. Wenn sie von Energien mit niedriger Schwingung wie Angst, Wut oder Traurigkeit umgeben sind, können Empathen diese Schwingungen annehmen, als wären es ihre eigenen und ihr Gleichgewichtssinn geht verloren. Für diejenigen, die diesen Weg gehen, ist es von entscheidender Bedeutung, wachsam zu bleiben, zu erkennen, wenn sie sich mit Energien verbinden, die nicht zu ihnen gehören, und zu ihrer eigenen Mitte zurückzukehren. Die Ausrichtung der Energie geschieht oft unbewusst, insbesondere in emotional aufgeladenen Situationen. Nehmen wir das Beispiel Mobbing, eine direkte Manifestation niederfrequenter Energie, die sich mit einer ähnlich niedrigen Resonanz verbindet. Der Mobber, getrieben von Gefühlen der Unzulänglichkeit oder des Schmerzes, sucht unbewusst jemanden, der auf derselben Ebene schwingt, jemanden, dessen Energie von Unwürdigkeit oder Angst spricht. Und in diesem schmerzhaften Austausch geraten beide in einen Kreislauf der Ausrichtung, der sich von den ungelösten Wunden des Anderen nährt. Das Verständnis dieser Energiedynamik ist der Schlüssel, um sich aus diesen Mustern zu befreien. Wenn wir uns bewusst werden, wie sich unsere Energie mit der Anderer verbindet, ob sie uns aufbaut oder schwächt, gewinnen wir unsere Macht zurück. Wir gewinnen unsere Fähigkeit zurück, bewusst zu wählen, mit welchen Frequenzen wir uns verbinden, und damit beginnen wir, die Illusionen der Dualität zu überwinden, die uns gefangen halten. Es ist leicht, sich im Netz der Dualität zu verstricken, wo richtig und falsch, hell und dunkel, Freude und Leid als gegensätzliche Kräfte erscheinen, die ständig an ihrem Bewusstsein zehren. Aber der Weg des Aufstiegs verlangt nach etwas mehr. Er verlangt von ihnen, sich über diese Polaritäten zu erheben, um nicht in die Intensität des dualistischen Denkens hineingezogen zu werden. Verstehen Sie, dass diese Erscheinungen, obwohl sie scheinbar real sind, nur Reflexionen eines größeren spirituellen Prozesses sind, der sich unter der Oberfläche entfaltet. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und beobachten, ohne sich emotional an diese Illusionen zu binden, erschließen Sie eine tiefere Wahrheit. Alles entfaltet sich genauso, wie es sollte. Jeder Moment, jede Herausforderung, jede Veränderung in Ihrer Realität ist Teil eines großartigen Plans, den Ihre Seele schon lange vor Ihrer Ankunft hier kannte. Vertrauen Sie auf diesen Plan und wissen Sie, dass das Universum Sie selbst inmitten des Chaos auf Ihr höchstes Potenzial ausrichtet. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Veränderungen zu kontrollieren oder zu erzwingen, sondern in der Wahrheit dessen, wer Sie sind, zentriert zu bleiben. Und wer sind Sie? Sie sind ein einzigartiger Funke des Göttlichen, der in sich Gaben trägt, die nur Sie anbieten können. Diese Gaben sind nicht statisch, sie entwickeln sich mit Ihnen. Wenn sich Ihr Bewusstsein erweitert und aufsteigt, werden Sie feststellen, dass das, was Sie einst definiert hat, möglicherweise nicht mehr mit Ihrem höheren Selbst in Einklang steht. Was Sie einst als Ihre Bestimmung betrachteten, könnte sich allmählich in etwas Neues verwandeln, das mehr mit der Person übereinstimmt, die Sie werden. Nehmen Sie diese Veränderung an, halten Sie nicht aus Bequemlichkeit oder Angst an alten Identitäten oder Rollen fest, denn diese Veränderungen sind ein Zeichen dafür, dass Sie in einen höheren Seinszustand eintreten. Wenn sich Ihr Bewusstsein erhöht, wird sich auch die materielle Welt um Sie herum verändern. Formen und Konzepte, die Ihrer höheren Frequenz nicht mehr dienen, werden auf natürliche Weise verschwinden. Dies ist der Tod der niederen Resonanz, ein Ablegen dessen, was nicht mehr im Einklang mit der neuen Realität steht, die Ihr gemeinsam erschafft. Es mag sich manchmal beunruhigend anfühlen, aber Ihr müsst verstehen, dass dies Teil des Prozesses ist. So wie alte Strukturen zerfallen müssen, um Platz für neues Wachstum zu schaffen, müssen sich auch veraltete Überzeugungen, Gewohnheiten und Bindungen auflösen, um die höhere Wahrheit in Ihrem Inneren zu offenbaren. Bleiben Sie in dieser Wahrheit zentriert und wissen Sie, dass Sie, wenn Sie das Alte loslassen, Raum für etwas schaffen, das vielmehr mit Ihrer göttlichen Essenz übereinstimmt. Das Universum entwickelt sich ständig weiter, und Sie auch. Vertrauen Sie auf die Entfaltung und nehmen Sie die neuen Gaben an, die entstehen, wenn Sie in höhere Bewusstseinszustände aufsteigen. Während sich die Welt um Sie herum verändert und weiterentwickelt, wird nicht jede Veränderung, der Sie begegnen, sofort die höhere Resonanz haben, die Sie suchen. Viele agieren immer noch aus einem 3D-Bewusstsein heraus, in dem Angst, Ego und die Bindung an die Materie weiterhin dominieren. Diese Muster mit niedrigerer Schwingung werden noch einige Zeit bestehen bleiben, während die Menschheit von einem alten Paradigma in einen neuen, höheren Seinszustand übergeht. Sie werden vielleicht Veränderungen erleben, die sich chaotisch oder unzusammenhängend anfühlen, da sie noch in alten Denkweisen verwurzelt sind. Aber Sie sollten wissen, dass selbst diese Erfahrungen Teil des größeren Evolutionsprozesses sind, wie eine Lichtung vor der Morgendämmerung. Während Sie auf Ihrer eigenen spirituellen Reise voranschreiten, beginnt etwas Bemerkenswertes zu geschehen. Ihre Energie wird leichter, weitläufiger. Das Gewicht alter Ängste, einschränkender Überzeugungen und Bindungen beginnt abzufallen und macht Platz für eine tiefere Klarheit, die sich herausbildet. Diese Leichtigkeit ist nicht nur ein Gefühl, sie ist ein Spiegelbild der Schwingungsverschiebung, die in Ihnen stattfindet. Je mehr Sie loslassen, was Ihnen nicht mehr dient, desto mehr öffnen Sie sich für höhere Wahrheiten. Ihr Bewusstsein schärft sich und der Weg nach vorne wird klarer, erleuchtet durch Ihr eigenes wachsendes Bewusstsein. Aber diese Reise der Selbstbeobachtung und des Wachstums ist nicht ohne Herausforderungen. Sich nach innen zu wenden, kann sich manchmal wie ein Blick ins Ungewisse anfühlen. Wenn Sie beginnen, tiefer in sich hineinzuschauen, beginnen alte Illusionen zu bröckeln. Die Rollen, die Sie gespielt haben, die Überzeugungen, an denen Sie so lange festgehalten haben, können plötzlich falsch oder nicht mehr mit Ihrem wahren Selbst in Einklang zu bringen sein. Es kann verwirrend sein zu erkennen, dass vieles, worauf Sie Ihr Leben aufgebaut haben, nicht mehr mit der höheren Berufung Ihrer Seele übereinstimmt. Bei manchen löst diese Erkenntnis den Wunsch aus, das Vertraute hinter sich zu lassen, sei es ein Job, eine Routine oder sogar Beziehungen. Diese Veränderungen können beunruhigend sein, da sie oft bedeuten, ins Unbekannte aufzubrechen und die Strukturen hinter sich zu lassen, die einst für ein Gefühl der Stabilität sorgten. Aber verstehen Sie, dass dies kein Rückschritt ist. Es ist ein Akt des Mutes, ein Zeichen dafür, dass Ihr Geist bereit ist, sich in einen Raum größerer Authentizität und Ausrichtung zu begeben. Denken Sie in diesen Momenten daran, dass das, was sich wie ein Verlust anfühlt, einfach die Bereinigung des Alten ist, um Platz für etwas zu schaffen, das vielmehr mit Ihrem wahren Wesen übereinstimmt. Vertrauen Sie auf den Prozess und wissen Sie, dass Sie, wenn Sie das loslassen, was Ihnen nicht mehr dient, in eine hellere, expansivere Realität eintreten. Jedes Ende ist ein Anfang, jede Herausforderung ein Tor zu tieferem Verständnis. Und mit jedem Schritt werden Sie mehr auf die höheren Frequenzen des wahren Weges Ihrer Seele eingestimmt. Jede Erfahrung, die Sie machen, ob sie sich nun wie Freude oder Leid, Leichtigkeit oder Herausforderung anfühlt, ist Teil Ihrer größeren spirituellen Reise. Nichts geschieht durch Zufall oder Pech. Das Universum führt Sie ständig zu Ihrem höchsten Wachstum, auch wenn der Weg unklar oder schwierig erscheint. Diese Erfahrungen sind dazu bestimmt, Teile von Ihnen zu erwecken, die noch inaktiv sind, und die Schichten der Illusion und des Egos abzutragen, die Ihr wahres Selbst verdecken. Jeder Moment, jede Begegnung, jede Herausforderung ist ein Teil des großen Puzzles der Entwicklung Ihrer Seele. Wenn sich das kollektive Bewusstsein zu verändern beginnt, wird sich alles, was in veralteten Frequenzen schwingt, Überzeugungen, Systeme und sogar Beziehungen, auflösen oder transformieren. Die alte Welt mit ihren niedrigeren Schwingungen kann sich in Gegenwart dieser höheren Wahrheiten, die jetzt auftauchen, nicht mehr aufrechterhalten. Möglicherweise stellen Sie fest, dass sich die Dinge um Sie herum in rasantem Tempo verändern oder völlig auseinanderfallen, da die Energie, die Sie einst zusammenhielt, nicht mehr mit der neuen Frequenz übereinstimmt, die in unsere Realität eingewoben wird. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss, es ist ein natürlicher Prozess der Klärung, der Raum für die Manifestation höherer Seins Zustände schafft. In diesen Zeiten des Wandels ist es wichtig, auf das wahre Selbst zu vertrauen, den ewigen Aspekt von uns, der jenseits des Egos existiert. Dieses Selbst war schon immer da, unter der Oberfläche, und wartet geduldig darauf, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir spirituell wachsen, beginnt dieses wahre Selbst heller zu leuchten und wird mit jedem Schritt, den wir in Richtung Erwachen machen, deutlicher. Das Ego mit seinen Anhaftungen an Kontrolle und Identität mag sich diesem Prozess widersetzen und versuchen, an alten Mustern und Seinsweisen festzuhalten. Aber je mehr sie ihrem authentischen Selbst vertrauen, desto mehr erkennen sie, dass die Ängste des Egos Illusionen sind, die vom Verstand geschaffen wurden, um sie innerhalb der Grenzen des Komforts zu halten. Die Wahrheit ist, dass sie weit mehr sind als ihr Verstand, ihr Körper oder ihre vorübergehenden Rollen. Sie sind ein unendliches Wesen aus Licht, das immer mit der Quelle von allem verbunden ist. Wenn sie sich dieser Wahrheit anschließen, führt sie ihre innere Weisheit mühelos durch die Veränderungen und hilft ihnen, sich in den sich verändernden Energien der Welt um sie herum zurechtzufinden. Je mehr sie diesem Prozess vertrauen, desto mehr werden sie erkennen, dass das Universum mit ihnen und nicht gegen sie arbeitet und dass jede Erfahrung ein heiliger Teil der sich entfaltenden Reise ihrer Seele ist. Wenn sie beginnen, sich auf ihr höheres Bewusstsein auszurichten, geschieht etwas Tiefgreifendes, neue Ideen und Lösungen fließen mühelos zu ihnen, wie ein Flüstern aus dem Universum. Diese Einsichten kommen nicht aus dem begrenzten Verstand, sondern aus der Weite der Weisheit ihrer Seele. Je mehr sie das Streben loslassen, desto mehr erlauben sie ihrem Höheren Selbst, sie zu führen. In diesem Zustand der Ausrichtung müssen sie nicht nach Antworten suchen oder Lösungen erzwingen, sie entstehen auf natürliche Weise, oft in den stillsten Momenten, wenn sie offen und empfänglich für den göttlichen Fluss sind. Und deshalb ist Meditation niemals Zeitverschwendung. Selbst wenn sie in Stille sitzen und das Gefühl haben, dass nichts passiert, verlagern sich unter der Oberfläche tiefe Strömungen. Meditation ist die Praxis, sich auf die höheren Sphären einzustimmen und sich zu öffnen, um die Einsichten und Energien zu empfangen, die auf sie warten. Die Antworten kommen vielleicht nicht immer während der Meditation selbst, sondern in unerwarteten Momenten, beim Gehen, Ausruhen oder sogar im Traum. In diesen Momenten der Ausrichtung, wenn Herz und Verstand ruhig sind, spricht das Universum am deutlichsten. Vertrauen sie darauf, dass sie sich selbst dann auf die Antworten vorbereiten, wenn sie nicht sofort Klarheit erhalten und dass sich die Antworten offenbaren, wenn sie wirklich bereit sind, sie zu empfangen. Die Erde selbst durchläuft einen ähnlichen Aufstiegsprozess, eine tiefgreifende Klärung alter, stagnierender Energien, während sie höhere Frequenzen integriert. Dies ist kein plötzliches Ereignis, sondern ein langer, schrittweiser Prozess, der sich über Jahrtausende hinweg entfaltet hat. Auch die physischen Körper, die wir bewohnen, verändern sich, um diese neuen Energien aufzunehmen, weshalb so viele Menschen körperliche, emotionale und spirituelle Veränderungen erleben. Die Energien der alten Welt, Angst, Spaltung und Begrenzung, werden freigesetzt und machen Platz für eine neue, harmonischere Schwingung, die Wurzeln schlagen wird. Dieser Aufstieg findet nicht nur auf individueller Ebene statt, sondern als Kollektiv, wenn die Erde und die Menschheit gemeinsam in höhere Dimensionen des Seins aufsteigen. Denken Sie daran, dass alles Teil des unendlichen Ausdrucks des Göttlichen ist, auch wenn es in der physischen Welt chaotisch oder schwierig zu sein scheint. Was wir als materielles Leben erfahren, ist in Wahrheit ein Traum, eine vorübergehende Illusion, die vom Verstand erschaffen wurde. Hinter dieser Illusion bleibt die ewige Realität der Einheit und des Einsseins unverändert bestehen. Die materielle Welt ist wie eine Leinwand, auf der die Seele ihre Lektionen und Erfahrungen malt, aber sie ist nicht die ultimative Wahrheit. Wenn Sie zu diesem tieferen Verständnis erwachen, beginnen sich die Illusionen von Trennung, Begrenzung und Angst aufzulösen und die unendliche Liebe und das Licht zu offenbaren, die alle Dinge durchdringen. Im großen Plan der Existenz ist jede Erfahrung, jede Veränderung, jeder Moment der stille Teil der göttlichen Symphonie. Und wenn Sie sich tiefer mit Ihrem wahren Selbst verbinden, werden Sie zu einem bewussten Mitschöpfer in diesem Tanz des Lebens und erwachen zur Wahrheit, dass Sie sowohl der Träumer als auch der Traum sind. Und so, während Sie sich weiterhin mit Ihrem höheren Selbst verbinden, denken Sie daran, dass sich alles genauso entfaltet, wie es sollte. Die Herausforderungen, die stillen Momente, die Offenbarungen, sie alle sind Teil Ihres Aufstiegs, einer Reise, die die Transformation der Erde selbst widerspiegelt. Vertrauen Sie auf die Weisheit, die Ihnen zufließt, vertrauen Sie auf die Stille der Meditation und wissen Sie, dass die Welt der Formen nur ein flüchtiger Traum ist. Unter all dem erstrahlt die ewige Wahrheit Ihrer göttlichen Essenz und führt Sie immer näher ans Licht.